Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir gehen hier auf einen weiteren Quest zu. Und zwar ordnet es sich hier um die versicherte Erbschaft. Ich bin mir nicht sicher wo genau dieser Typ steckt. Mein Leben ist vorbei. Mir bleibt nur noch das Leiden. Wenn ich mehr über dein Leiden weiß, besteht vielleicht noch Hoffnung. Es geht nicht mehr um mich. Ich sorge mich um meinen Sohn. Der Junge braucht seinen Vater noch. Ikaios ist ein kluger Junge. Er wird zurechtkommen. Nicht wenn es nach meinen Rivalen geht. Hippocrates. Es ist unklug, einen Patienten zu verstimmen. Er will, dass ich sein Leben beende. Doch das kann ich nicht. Söldner. Bitte hilf mir. Ich leide so furchtbare Schmerzen. Du kannst nicht einfach jemanden bitten, dich zu töten, wenn ich dabei bin. Ich bin dein Arzt und erlaube es nicht. Der Schmerz kann gelindert die Symptome analysiert werden. Dann versuche ich dich zu heilen. Okay. Schmerzen gehören zum Leben dazu. Wir haben es allen verdient, mit unseren eigenen Entscheidungen zu treffen. Der Schmerz gehört dazu. Er erinnert uns daran, dass wir leben und hält uns wach. Ich erlebte viel Schmerz in meinem Leben. Mein eigenes Leiden beunruhigt mich nicht. Doch das gesicherte Auskommen meiner Familie schon. Inwiefern gesichert? Meine Familie gehört zu den reichsten Inthemen. Wir haben viele Rivalen. Wenn ich sterbe, wird mein Sohn der Herr des Hauses. Er ist noch ein Kind. Mein Tod darf nicht zu seinem Nachteil ausgenutzt werden. Okay. Ich kümmere mich um deine Rivalen. Dein Sohn erhält eine faire Chance. Hab Dank, Söldner. Wenn du ihre Vorräte stiehlst, wird das ihre Stellung schwächen und sie daran hindern, meine Familie zu bedrohen. Es verschafft meinem Sohn Zeit. Was soll ich stehlen? Um sie wirklich zu schwächen, musst du das Schuldenverzeichnis, ihre Pfandscheine und ihre edlen Juwelen stehlen. Wo muss ich hingehen? Ihr Anwesen ist in der Nähe. Es ist eines der am schönsten gestalteten Häuser in Ganstheben. Abgesehen von meinem, natürlich. Warum sie nicht töten und die Bedrohung ganz beseitigen? Geschwächt sind sie keine Gefahr für meine Familie. Wenn sie verschwinden, wird eine andere Familie aufsteigen und zu einer Bedrohung werden. Diese Lösung sichert meine Familie und ihre Stellung ab. Okay, das scheint mir eine gute... Entschuldigung, das scheint mir eine gute Lösung zu sein. Für gewöhnlich bezahlt man mich nicht fürs Stehlen. Doch ich werde es tun. Ich bete, dass Tücher über dich wachen möge, wenn ihm das einen Anflug von Frieden beschert. Ich habe getan, was du wolltest. Die Position deiner Familie ist fürs Erste gesichert. Du gabst mir Hoffnung, dass mein Name mich überleben wird. Nun bete ich zu den Göttern, dass meinem Sohn ein längeres, gesünderes Leben bestimmt ist. Ich stehe in deiner Schuld. Okay, bin ich davon ausgegeben, dass er weich ist. Einem reichen Edelmann helfe ich doch immer gerne weiter. Nun, ich muss dich leider noch um einen anderen Gefallen bitten. Ich weiß, warum du mich bitten willst. Diese Krankheit zerrt mich auf. Ob heute oder morgen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Pokrates wird nicht tatenlos zusehen. Nein, aber er wird dir zuhören. Wenn du ihn überzeugen kannst, dass es das Beste für mich ist, hilft mir das. Ich will nicht langsam dahin schwinden. Ich will in Frieden sterben. Meine Familie soll mich in gutem Licht behalten. Okay, es kann sein, dass ich im Vorfeld schon gemisse Häuser aufgeräumt habe. Daher ist es direkt hierher zurückgekommen und ich konnte mit ihm reden. Nun, das sei eine schwierige Entscheidung. Ich nehme mir nicht heraus, ihm das zu sagen. Ich rede mit Hippocrates. Er reden kann nie schaden. Ich werde mit ihm sprechen. Hab Dank. Du hast mir in diesen Tagen mehr Freundlichkeit erwiesen als andere in meinem ganzen Leben. Nun muss ich ruhen. Okay, das war eine ganz, ganz kurze Mission. Aber das war es für versicherte Erbschaft. Das war es für mich, der lighten wir, dass wir hierher herrten, Pepper kommand chor. Dann verpassen die andere hierherrten. Bis zum nächsten Mal.